Bei mir steht Jochen Hornung, Geschäftsführer von Engie. Herr Hornung am 24. Juni 2019. Da bringt Engie den neuen luftgekühlten Quantum Air raus. Was ist denn das Besondere an der neu konzipierten Baureihe? Mit dieser neuen Baureihe sitzen wir einen neuen Standort. Die Maschine ist mit zwei Megawatt die größte Maschine, die es im Markt gibt im Moment. Sie ist deutlich effizienter und sie ist auch deutlich leiser. Welche technischen Merkmale bietet denn die neue Baureihe? Mit der neuen Baureihe werden wir in die Juni mit 28 Maschinen in den Markt gehen. Die ersten 14 Maschinen sind mit 1234 CD und die anderen 14 Maschinen sind für das Kältemittel 513a verfügbar. Sie wird sehr leise sein, das heißt wir haben ein SuperSilent Paket im Einsatz und sie wird auch deutlich leichter und kleiner sein. Welche Vorteile ergeben sich für den Kunden? Für den Kunden ergeben sich die Vorteile, wie schon erwähnt, dass es eine deutlich stärkere und effizientere Maschine ist. Sie ist aufgrund des geringeren Gewichtes und der geringeren Größe auch einfacher zu transportieren und deutlich leichter in Betrieb zu nehmen. Das weitere ist, durch die neuen Kältemittel ist sie auch nachhaltiger. Vielen Dank Herr Hornung. Gerne geschehen. Vielen Dank. Vielen Dank.